Die Welt da draußen ist so düster, nicht wahr? Im Gegensatz zu hier in Kibune, wo alles friedlich ist. Wir haben dieses Zimmer geputzt, oder? Die Sarkeflasche kommt jedes Mal wieder zurück in den Topf. Der Reiß wird gar nicht weniger. Mein Déjà-vu ist eine Zeitschleife. Wir sind in einer Schleife. Die Zeit hat sich zurückgedreht. Die Zeit setzt sich alle zwei Minuten zurück. Sehr lästig, wenn das gar nicht mehr aufhört. Wir scheinen in einer Art Zeitschleife festzustecken. Bleiben Sie ruhig. Zeitschleife? Die Zeit springt einfach immer wieder zurück. Wenn Sie sich aufregen, wird diese Emotion mit jeder Schleife möglicherweise verstärkt. Können Sie mich hören? Hallo? Er ist bald zurück. Für mich, wenn sie sich aufhört. Ich bin immer wieder zurück. Ja, ich bin immer wieder zurück. Ich bin immer wieder zurück. Ich bin immer wieder zurück. Ja, ich bin immer wieder zurück. Schleife울 wird hier in dergrid Iyannackera. Ich bin immer wieder zurück. Ich bin immer wieder zurück. Untertitelung des ZDF, 2020